Die Welt ist im Wandel. Vieles von dem, was uns sicher und selbstverständlich erschien, gilt nicht mehr und ist in Frage gestellt. Frieden, Freiheit, Sicherheit. Jahrzehntelang schien das für uns eine Gewissheit. Heute stellen wir fest, das ist es nicht mehr. Der schreckliche Krieg Russlands gegen die Ukraine zeigt uns, dass auch mitten in Europa Frieden, Freiheit und Sicherheit alles andere als gewiss ist. Und einer dieser Lehren daraus bedeutet, ohne Sicherheit ist alles nichts. Und zu Ende gedacht bedeutet dies aber auch, die Bundeswehr ist nötiger denn je. Umso wichtiger ist es auch am Tag der Bundeswehr deutlich zu machen, welchen unschätzbaren Wert die Bundeswehr für uns hat, für uns alle hat. Die CSU war immer die Partei der Bundeswehr. Und das sind wir bis heute. Wir standen an der Seite unserer Soldatinnen und Soldaten und das tun wir nach wie vor. Der Beruf der Soldaten ist kein Beruf wie jeder andere. Er ist geprägt von einer großen Bereitschaft, sich einzubringen, von einer großen Bereitschaft im Zweifel, wenn es darauf ankommt, alles zu geben. Es ist ein Beruf, der die Sicherheit für uns alle sichert und verteidigt. Soldatinnen und Soldaten dienen unserem Land und deswegen möchte ich am Tag der Bundeswehr ganz aufrichtig und herzlich sagen, wir danken euch. Wir danken auch besonders den Reservisten und zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ebenfalls eine tragende Säule der Bundeswehr sind. Es braucht die Bundeswehr, es braucht die Soldatinnen und Soldaten mehr denn je.